hallo liebe freunde ich begrüße euch zu einem neuen video ich befinde mich hier gerade wie man es im hintergrund sehen kann am frankfurter berg am bahnhof fährt die linie ist sechs entlang friedberg frankfurt süd und da ist eine bus haltestelle also frankfurter berg wir sehen es an den schönen hochhäusern eine ganz tolle wohnsiedlung da wohnt frankfurts prominenz ja und jetzt habe ich hier an der bus haltestelle ich muss mal aufpassen dass hier nicht platt gefahren wird einen knopf gefunden zeige ich euch mal da knopf jetzt weiß ich natürlich nicht was da passiert wenn ich da drauf drückt vielleicht fliegt dann die ganze wohnsiedlung frankfurter berg in die luft gut das wäre die lösung von manchen problemen also ich weiß nicht steht aber auch nichts dran ich zeige euch das noch mal genauer den knopf ich muss aufpassen da hinten stehen nämlich auch leute aber steht auch nichts dran aber jetzt drücke ich mal den knopf ich bin jetzt mal neugierig ich habe jetzt die hoffnung dass der frankfurter berg weggesprengt wird und einige probleme sich lösen ok passiert jetzt nicht allzu viel an dieser bus haltestelle das licht ist nicht angegangen gut es scheint ja auch die sonne wofür licht keine ahnung weiß ich nicht also was auch immer der knopf eine bedeutung hat hier ist noch mal der knopf noch mal passiert nix so also in diesem sinne nicht immer alle knöpfchen drücken weil oftmals passiert nichts und da würde ich sagen in diesem sinne haben wir wieder was gelernt ich wünsche euch was macht's gut ciao euer sven